Hier präsentieren wir die 5 beste WMF Topfset Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. WMF Astoria Topfset Induktion 5-teilig. Dieses polierte Kochgeschirr aus der Serie Astoria wird Ihre Küche zum Strahlen bringen. Es vereint Stil und Nutzen. Der Trans-TM Universalboden gibt die Wärme gleichmäßig ab und hält sie lange fest. Er ist für alle Herdarten geeignet, auch für Induktionsherde. Dank des Glasdeckels aus hitzebeständiger Qualität kann man den Kochvorgang beobachten. Der umgedrehte Rand ermöglicht ein präzises und dosiertes Ausgießen von Flüssigkeiten. Der breite Schüttrand erleichtert zudem das Ausgießen ohne zu kleckern. Nummer 4. WMF Gourmet Plus Topfset Induktion 5-teilig. Kochtopfset mit Metalldeckel. Der Luxustopf ist jetzt für Personen erhältlich, die über die Mittel verfügen und etwas mehr Geld ausgeben möchten. Denn wenn man die Besonderheiten berücksichtigt, macht der höhere Preis Sinn. Das Seed enthält die gleiche Art von Töpfen in ebenfalls 5 Komponenten. Die Töpfe des Seeds verfügen jedoch über eine Innenskalierung und einen Dampfabzug im Deckel, der verhindert, dass sich ein Vaguum bildet. Um zu verhindern, dass sich die Griffe beim Kochen erhitzen, bestehen sie aus einem besonderen Material. Schauen Sie sich das WMF Gourmet Plus Topfset genauer an, wenn Sie diesen Komfort zu schätzen wissen und etwas mehr Geld zur Verfügung haben. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. WMF Funktion 4 Topfset Induktion 5-teilig. Dieses 4-teilige Kochset von WMF besteht aus einem Dämpfeinsatz, einer Stielkasserolle ohne Deckel und 3 Fleischtöpfen mit Deckeln. Alle Teile sind aus poliertem, unbeschichtetem 18-10 Edelstahl gefertigt. Dadurch sind sie rostfrei, spülmaschinenfest, hitzebeständig und für Backöfen bis zu einer Temperatur von 250 C geeignet. Alle Töpfe sind für Glaskeramik, Gas-, Elektro- und Induktionskochfelder geeignet. Das Transterm-Design des Bodens ermöglicht eine gleichmäßige Wärmespeicherung über einen langen Zeitraum. Auf diese Weise werden Kochzeit und Energie gespart. Nummer 2. WMF Diadem Plus Topfset Induktion 4-teilig, Kochtopfset mit Glasdeckel. Dieses 4-teilige WMF Diadem Plus Topfset besteht aus einer 20 cm Kasserolle mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern, drei 16 cm Kasserollen mit einem Fassungsvermögen von 2 Litern und einer 20 cm Kasserolle mit einem Fassungsvermögen von 3,7 Litern. Alle 4 Töpfe bestehen aus poliertem Chromargan Edelstahl, sind rostfrei, spülmaschinenfest und ohne Deckel bis zu 250 C Backofen fest. Sie verfügen außerdem über passende Glasdeckel und sind unbeschichtet und rostfrei. Die Töpfe sind mit allen gängigen Herdarten kompatibel und zeichnen sich durch eine gleichmäßige und lang anhaltende Wärmespeicherung aus. Die stabilen Griffe ermöglichen ein leichtes Bewegen des Topfes während des Kochens, da sie nicht heiß werden. Und die Nummer 1 unserer Liste. WMF Provenker Plus Topfset Induktion 5-teilig. Das WMF Provenker Plus Topfset bietet Zweifelsonne das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses Set enthält 5 Töpfe, einen Bratentopf 20 cm mit Deckel, 3 hohe Kasserollen 16, 20 und 24 cm mit Deckel und eine Stielkasserolle ohne Deckel 16 cm. Alle Töpfe können im Backofen und in der Spülemaschine verwendet werden. Die Temperatur kann ohne Deckel bis zu 250 C und mit Deckel bis zu 180 C erreichen. Das Topfset Provenker Plus ist ideal für Sie, wenn Sie ein Topfset mit vielen Töpfen zu einem guten Preis suchen. Das Topfset Provenker Plus ist ideal für Sie, wenn Sie ein Topfset mit vielen Töpfen sehen.